Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Skyblock mit Flo. Hallo! Wow. Ja, ihr seht schon, wir haben hier Schnee. Das einzige Problem ist, es schneit nicht. Es mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen komisch klingen. Es ist Schnee, aber es schneit nicht. Richtig, das Ding ist halt, ich kann den Schnee nur unter uns erscheinen lassen, indem ich Slash Snow eingebe. Ich habe jetzt die Datei halt ausgetauscht, eigentlich, aber wie es aussieht, funktioniert das trotzdem nicht so. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Hier, Weather Snow funktioniert nicht. Zack, Schnee ist erschienen. Ach genau, das wollte ich noch umhänden hier, ne? Und ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr diese verfickten Bugs, ich habe übrigens gefarmt, diese verfickten Kack-Bugs gibt mit den Lags in der Aufnahme. Ich habe jetzt noch ein bisschen was umgestellt. Wie sieht meine FPS? Meine FPS ist gut. Ich habe nur wieder zwischendurch ein paar Ruckler. Ich hoffe, das passiert nicht. Das war nämlich echt, das pisst nämlich richtig an. Ich denke mal, das liegt halt an OBS irgendwie. Dass es da so ein paar Probleme gibt. Ist mein Sound wieder leiser geworden? Ne. Warte mal. Eigentlich nicht. Hä. Flo, du farmst weiter. Ja, ich habe ja noch meine... No, acht Spitzhacken. Guck. Hast du in die Kiste geguckt? Ja. Da ist genug... Schnee wollte ich schon sagen. Stein. Wir können niemals genug haben. Ja, okay, dann fahren wir weiter. Unsere Aufgabe ist es, die Monsterfalle fertig zu bauen. Und ich habe jetzt zwischendurch wieder ein paar Framer. Ich denke mal, es liegt am Schnee. Hoffe ich. Zumindest. Ja, ich hoffe halt, dass es jetzt mit der Aufnahme hinhaut. Wenn nicht, dann flippe ich aus. Und dann habt ihr halt wieder ein paar geschnittene Folgen. Aber ich habe zu viel Schnee, Flo. Äh, zu viel verdammter Schnee. Zack, zack, zack. Okay, aufsammeln. Äh, und ja, ich habe die Kisten halt ein bisschen sortiert. Oder halt ein paar Kisten geplantet, allgemein. Hier haben wir ein bisschen Stuff drin, allgemein. Hier auch den restlichen Schnee noch. Halt alles, alle möglichen Items haben wir hier drin. Habe ich mir so gedacht. Das heißt, die Kiste da vorne ist halt für Stein. Zack. Ähm, die Kiste, da wo der Stein jetzt auch drin ist, die ist halt nur für Stein gedacht. Habe ich mir jetzt so gedacht. Ja, hier kommt halt aller mögliche Stuff rein. Wie jetzt hier zum Beispiel der Schnee oder die ganze Holzkacke da. Und, ja, ach, komm, ich lasse den Schnee. Und hier oben haben wir zwei Kisten. Einmal mit, ja, Äxten. Und hier kommt das Holz rein, habe ich mir gedacht. Und hier halt, ja, die Saplings und so. Das Holz ist schon wieder komplett gewachsen, Flo. So, wir können wieder Holz sammeln. Nice. Ich mache noch eine Axt mit. Ähm, und ja, bei der Monsterpahle habe ich zwei Kisten geplantet für die ganzen Monstersachen. Das heißt, die ganzen, ja, Knochen, Bögens, Pfeile, dies, das. Und Schwerter habe ich da drin reingepackt. Und unten halt die Kisten mit den ganzen Weizenseeds und so. Und sonst hat sich hier nichts verändert eigentlich. Das ist noch ein bisschen leise. Reden wir, Flo? Ja. Hä? Eigentlich bist du laut. Ich mache den Sound noch mal ein bisschen lauter. Jetzt dürfte er eigentlich laut sein. Ich hoffe nicht zu laut, sodass man dich noch versteht. Ja, noch dürfte gehen. Mein Spitzhack ist kaputt. Nein, äh, Axt. Und, ja. Ja, farmen. Schön, ne? Macht Spaß. Genau, und übrigens ist Pokémon Go gelabere. Von dem Stream, äh, von der letzten Aufnahme-Session ist auch nicht mehr drauf gewesen. Weil, ja, währenddessen war halt alles asynchron und so. Und meine, ich glaube, meine Soundspur verschnellert sich irgendwie aus irgendeinem Grund. Das ist das Problem. Das Ding ist halt, ich kann sie auch nicht leiser machen, äh, langsamer machen. Weil dann hört sich meine Stimme halt, ja, verlangsamt an. Aber mega. Hallo, Leute. Äh. Ja, irgendwie so. Ähm, weil es nur in manchen Passagen, in manchen Stellen, nur in manchen minimalen Stellen, ist der Sound halt verschnellert. Nicht nur mein Sound, sondern auch der Ingame-Sound. Also beide Soundspuren. Ja, das ist halt behindert. Kann ich aber nichts gegen machen. Ich hoffe, jetzt mit den Einstellungen, die ich bei OBS Studios vorgenommen habe, funktioniert das besser. Ansonsten muss ich noch mehr Einstellungen umändern. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich halt, ja, schneiden. Müssen wir halt mit geschnittenen Folgen auskommen. Was allerdings, glaube ich, auch nicht so das Problem ist. Ich glaube, geschnittene Folgen sind auch recht okay. Das Problem ist halt, dass ich dann Sachen rausschneiden muss, die ich eigentlich gar nicht rausschneiden wollen würde. Meist du das Pokémon-Go-Gelaber oder wie? Ja, genau. Wie zum Beispiel das. Wenn ich jetzt schneiden würde, sodass sich was rausschneidet, wenn wir eh nicht reden oder irgendwie sowas ist, dann, weiß ich nicht, ist das halt was anderes. Aber, ja, so habe ich das Pokémon-Go-Gelaber auch rausschneiden müssen zum Beispiel. Unter anderem. Oder, ja, ist halt doof. Komm ich? Ja, ich komme an. Kann jetzt mal irgendein cooler Sapling runterfallen? Ich will mehr Birken-Satzlinge. Ich will aus Birkenstämmen hauptsächlich, also auch mein Haus bauen später. Übrigens, wir haben schon sieben Brot, uns fehlen nur noch drei Brote. Da fällt mir ein, da unten ist ein Sapling. Und noch ein Sapling. Oh, und noch ein Sapling. Oh mein Gott, schön. Zack, zack und zack. Äh, da fällt mir ein, ich sollte mal ein Brot öffnen. Ich hoffe, das bringt jetzt keinen Bug hervor. Äh, und mal kurz gucken, was wir alles schon gemacht haben. Bauernhaus haben wir noch nicht. Ähm, Bett haben wir auch noch nicht. Roten Pilz noch nicht. Ziegelsteine müssen wir noch bauen, genau. Kleinen See haben wir ja, naja, so gesehen noch nicht. Äh, ja, Monsterspawn-Falle-Dings haben wir so gesehen schon gebaut. Ja, wo ich gerade oben drauf bin und gegen... Pass auf. Ähm, ja, sonst haben wir nichts gemacht. Schneemänner, genau, Leute, wir können Schneemänner nicht bauen. Ähm, außerdem, ja, sie verschwinden halt sofort wieder. Habt ihr, ich glaube, das habt ihr noch gesehen. Goldbarren, Glasscheiben, Bökenstämme. Haben wir jetzt locker auch schon. Maxi, wo sind unsere ganzen Schwerter, wo sind unsere Schwerter hin? Die dürften eigentlich da, die dürften in der Monsterfalletruhe sein, Flo. So, das hab ich am Anfang erwähnt, als ich die Truhen vorgestellt hab. Da hast du gesagt, für den Monsterfallenscheiß, war nicht die Schwerter. Doch, dazu hab ich noch gesagt, Schwerter. Bögen und Schwerter auch. Hab ich gesagt. Ähm, und ja, bei der Monsterfalle hab ich zwei Kisten geplantet für die ganzen Monstersachen. Das heißt, die ganzen, ja, Knochen, Bögens, Pfeile, dies, das. Und Schwerter hab ich da drin. So, ähm, Flo, nimm mal den ganzen Cobblestone hier aus der... Oh. Warte, nein, nein, bring mir noch ein bisschen was zurück. Ja, ich muss jetzt mal das jetzt holen gehen. Hast du das oben... Warte, ich flieg da kurz hoch, ist mir egal. Nein! Scheiß Creeper! Anstatt, dass du hier ausleuchtest. Wie denn? Äh, ich werd nicht getroffen. Ich hab aber keinen Creative Mode an. Ich weiß nicht, Flo, ich krieg keinen Schaden. Warte, hab ich den... Hab ich God Mode an? Oh Gott, ja, ich hab den God Mode an. Hm. Oh Gott, ich hab... Ähm, ähm, ist nichts passiert. Äh, warum war der ganze Korb ist... Warum hast du den ganzen Korb... Oh, Mann. Weil ich dachte, wenn ich in einer Niele bin, sollten eigentlich da keine Monster spawnen. Das sind aber schon die ganzen... Natürlich, Flo, wenn's dunkel ist, spawnen Monster. Macht doch Sinn. Aber nicht, wenn ich in... Natürlich. Nicht in einer in der Nähe bin. Natürlich. Solange es dunkel ist, spawnen Monster. Hat nichts damit zu tun, ob du in der Nähe bist oder nicht. Ja, Mann. Hm. Gut. Ich hab jedenfalls noch ein bisschen Korbistone jetzt... wieder mitgenommen. Haben wir noch einen Ofen drin? Ja, ne? Hatten wir, genau. Da mach ich nämlich noch einen. Zack. Haben wir zwei Öfen. Noch mehr. Und da kann ich dann nochmal neues Holz brennen. Ups. Zack. 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 Nein, nein. Will ich mir draus nehmen? Einti, bitte. Dann brenne ich jetzt nämlich ein bisschen Stein und ein bisschen Kohle. Und so, dann würde ich sagen... Eigentlich müssten wir uns jetzt immer mit Leitern hochfahren, eigentlich, ne? Ich hab ja die Leitern gebaut. Echt? Also es hätte ich gesagt, wir fliegen uns einfach hoch. Ich habe Leitern gebaut. Ich mein, das macht ja keinen Unterschied eigentlich. Und das ist halt um einiges schneller. Ich hab keinen Bock, immer fünf Jahre zu brauchen, um da hoch zu fliegen. Ja, aber es wird wiederum eigentlich schicken, weil wir können eigentlich normalerweise in meinem Kopf nicht fliegen. Ja, klar. Eigentlich nicht, aber ich mein, was macht das jetzt für einen großen Unterschied? Ob wir jetzt fliegen oder nicht. Ich find, das macht so null Unterschied. Klar, wenn wir jetzt... Oh Gott, hier ist ein Creeper. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Ausleuchten. Ja, hier ist ausgeleuchtet! Wie viel muss man hier denn ausleuchten, damit hier nichts spawnt? What the fuck? Bei der Farge sind 15, bei einem Block, darum ist 14, immer so weiter. Und ab 7 können Monster spawnen. Das ist hier oben... Äh, hier unten um einiges hell genug. What the fuck? Ist das behindert, Alter? Das hasse ich. Toll. Jetzt ist die Farm ruiniert. Hier in einem Mittelkern zum Beispiel Monster spawnen. Hier. Ja. Weißt du was? Ich brauch Glowstone. Ich setz da jetzt Glowstone-Blöcke hin. Irgendwo. Wo ist denn da ganze... Ah, da! Oh Gott, Glowstone ist schon gemacht. Okay. Vor allem sind unsere Sachen hier auch jetzt runtergeflossen. Also ein paar zumindest. Als ob... Das ist so ein... Ah, da könnte ich... Jetzt könnte ich kein Ragen. Aber total. Ich könnte jetzt total Ragen. Wie behindert das ist. Zack, zack. Dein... Ernst? Meine Maus spackt ab. Sie klickt manchmal zweimal mit der linken Maustaste. Schon wieder. Meine Maus ist gerade ein bisschen behindert. Ich glaub, der hat gerade... Yo! Alter, was ist mit meiner Maus los? Holy. Holy, holy. Gut. Oh. So. Ich mach mal kurz eine neue Axt. Hätte ich Holz dabei. Nee, ich renne jetzt nicht hoch. So Melonkerne, genau. Oh, ich könnte kotzen gerade. Weißt du das? Ja. Melonkerne, Kürbiskerne, toll. Hm. Zack. 15 neue Weizen. Cool. Ich kann gleich nochmal ein bisschen mehr Brot machen. Wir haben Unmengen an Zuckerrohr, Alter. Ja. Wir haben Unmengen an Zuckerrohr. Ich weiß nicht, warum das so mega viel wächst. Ich hab auch keine Ahnung. Aber ich mein, es stört mich jetzt nicht. Muss ich sagen. Okay, meine Maus hat allgemein gerade ein paar Spacken. Die ist mega schnell auch. Manchmal so. Ich glaub, ich brauch irgendwann mal ne neue Maus. Ich brauch immer, glaub ich, nur ne ordentliche Maus, weil... Ich sag nur, wenn wir Licht auf Letzen spielen. Manchmal... Kommt das Geräusch, dass ich, ähm, was ausgesteckt habe, eingesteckt habe und dann funktioniert meine Maus nicht mehr. Stimmt. Äh, Flo, wie wird Zucker gemacht? Äh, ich mein, äh, nicht Zucker. Was wird aus Zucker alles gemacht? Aus Zuckerrohr, Zucker... Oder wie meinst du das? Aus was wird Zucker gemacht? Also, äh, nein, was macht man alles mit Zucker? Suchen. Ja? Ja, gut. Macht Sinn. Ja, auch... Und dann noch halt eben... Tränke. Weißt du was? Ich hab jetzt einen Zucker. Zack. Zack. Ich hab jetzt ein paar Bücherseiten gemacht. Und ein bisschen Zucker. Dann haben wir jetzt... Ich glaub, jetzt kann man noch Bücher machen jetzt, ne? Wie macht man Bücher? Mit jeder. Ach, echt? Ja. Dann kann man... Ach, stimmt. Das ist ja auch durchgestrichen. Äh, es gibt nämlich eine Mission, so... Ich sag jetzt mal Mission. Äh... Da... Müssen wir... Bücherregale machen. Warten mal kurz. Guten Tag. Geht's ernst. Oh, ne Familie? Weiß das nicht. So, ich würd Glowstern setzen, ne? Funktioniert das? Wird das... Wird das der Leuchtefloh unter einem Half-Step? Wird... Ich meine, ja. Leuchtet das da drunter, meine ich? Ja, ich meine schon. Warte, ich mach mal kurz Nacht. Ja, mach das. Meinst du? Sieht nämlich gar nicht so aus. Ich hätte mal eine Redstone-Schaltung gebaut. Und da... Du mit einem versteckten Schalter. Und da hab ich einen Stone-Flap davor gemacht. Du hast mal nur ganz knapp den Schalter treffen können. Nein, Flo. Das leuchtet da drunter nicht. Oh, ist was? Oh Gott, diese Kakteen gehen auf den Piss. Gerade so ein bisschen. Oh, ich bin... Ich bin gerade... Ich bin jetzt gerade ein bisschen echt... ...genervt. So ein bisschen. Das ist aber anders. Haben wir halt. So. Ja. Dann würde ich sagen... Kommt hier nochmal... Hier. Hier. Zack. Das sieht dann doof aus. Mache ich das hier hin? Ja, ja. Ich mach das anders. Hier. Hier. Kommt das weg. Mäh. Danke. Zack. Und... Hier. Und nochmal. Hier. So, jetzt dürfte es aber ausgeleuchtet sein. Also genug ausgeleuchtet sein. Hoffe ich. Hier fehlt noch eine Fackel. Ich habe keine Fackeln. Toll. Nice. Schön. Ich hätte die Kakteen vielleicht nicht so nahe aneinander bauen sollen. Nee. Weil ich hier echt gerade am verkacken bin, was das abbauen angeht. Weil ich ständig getroffen werde von den Kakteen. Ich sterbe gleich an Kakteen, Alter. Ha. Alter. Wie viel Zuckerrohr hier wächst. Das ist unglaublich. Tja. Wenn das jemand weiß, warum das so mega schnell geht. Ich meine, klar, auf Sand geht das schneller. Aber so schnell? Ich meine, das wächst ja in Sekunden. Da. Schon wieder. Alles wieder vollgewachsen. Machen wir mal mehr Zucker. Machen wir noch mehr Zucker. Nice. Und ich mache mal aus dem Kaktus ein bisschen Grünstoff, ne? Muss du braten. Merke ich auch gerade. Ist mir auch gerade eingefallen. Ähm. Jo. Du baust noch? Ab. Ja. Jut. Zack, zack. Äh. Das dürfte fertig sein. Nicht ganz. Okay. Machen wir nochmal eine Kohle rein. Hier auch nochmal eine Kohle. Dann kommt das hier aufgeteilt. Danke. Dann gibt's.